Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembau-Steinbaus. Und diesmal habe ich von euch aus der Blue Bricks Pro Star Trek Serie die USS Enterprise NCC1701, 98 Teile, die Artikelnummer 104175. Und man bekommt es für 8 Euro ungefähr, plus minus. Mit Versand muss man natürlich dann immer noch mal ein bisschen was drauf rechnen. Auf Amazon kostet es momentan 14 Euro, man hat natürlich keine Versandkasten dann dazu. Ich glaube wir können aber festhalten, man bezahlt hier so und so ein bisschen die Lizenz auf jeden Fall mit. Aber wir rollen das Ganze mal von hinten auf. Weil ich habe mir das Set eigentlich als kleinen privaten Happen gekauft und eine Review dazu war überhaupt nicht geplant. Aber Spoiler, ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht von dem Set. Und deshalb haben wir das Set halt schon im gebauten Zustand und nehmen es quasi mal zur Analyse auseinander. Aber wenn wir uns nochmal die Box anschauen, sehen wir auf jeden Fall eine schön gestaltete Box. Das Boxdesign wird ja zu großen Teilen vom Star Trek Franchise vorgegeben, aber es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wenn wir weiter auf die Box hier noch mit eingehen, haben wir hier quasi nur nochmal den Star Trek Schriftzug. Hier nochmal im Endeffekt hier nochmal einfach nur gespiegelt und hinten drauf nochmal die Enterprise, wie sie dann im Endeffekt steht. Die Box ist natürlich in der Größe auch nicht das Spannendste. Sehr schön ist auf jeden Fall, die Box kann zerstörungsfrei geöffnet werden. Finde ich ja immer gut bei solchen Sets, wo das möglich ist. Wenn wir dann im Endeffekt die Box geöffnet haben, finden wir drei Teile-Tüten und einen kleineren Beutel, in dem sich eine schön bedruckte Fliese befindet. Und zwar ist es eben diese Star Trek Fliese, die hier unten am Stand mit festgemacht wird. Schade ist aber leider, dass die Fliese quasi unter dem Druck schon verkratzt und matt ist. Also ist eigentlich der ganze Aufwand, um diese tolle, eigentlich tolle Fliese zu schützen, im Endeffekt umsonst gewesen, weil der Stein aus der Produktion halt einfach schon nicht gut aussah. Das sieht gar nicht gut aus. Aber trotzdem an der Stelle ein kleines Lob, an Displays jetzt gehören Drucke und das habt ihr verstanden. Und dafür gebe ich dann auch ein bisschen mehr Geld gerne mit aus, auch wenn man hier wie gesagt trotzdem den Preis ein bisschen mit dem Franchise rechtfertigen muss und nicht mit einer bedruckten Fliese. Was natürlich dann in der Box auch noch mit ist, ist diese Auffaltanleitung. Ich habe jetzt generell kein Problem mit Auffaltanleitungen in kleineren Sets, aber wenn ihr euch die anschaut, sieht die nicht mehr allzu frisch aus. Die wurde nämlich geknickt in die Box reingelegt und ist auch schon so, wie ihr sie jetzt seht, aus der Box rausgekommen. Das ist natürlich schade, weil man hat natürlich bei einem Preis, der schon ein bisschen höher ist für die Teileanzahl, gewisse Erwartungen, die an der Stelle schon ein bisschen enttäuscht wären. Zu den Erwartungen gehört auch einfach, dass das Set vollständig ist, gerade bei 98 Teilen, die nur drin sein sollen. Aber leider hat bei mir ein Teil gefehlt. Zugegeben, es war im Endeffekt nur ein einfacher Pin, den konnte ich leicht ersetzen. Der Star Trek Fan, dass sich das Set wegen der Lizenz kauft und nicht viel mit Klemmbaustein zu tun hat, könnte das aber eben auch nicht. Aber gut, okay, wir haben jetzt lang genug über das Set geredet, ohne dass ihr es wirklich gesehen habt. Aber wenn ihr das jetzt so seht, ist das natürlich auch nicht unbedingt beeindruckend. 98 Teile, dementsprechend haben wir nicht so Riesenerwartungen, aber die meisten Teile fließen halt im Endeffekt auch nicht in die USS Enterprise, sondern in den Stand, aber über den Stand reden wir natürlich auch noch. Und wir haben auch an der USS Enterprise so ein paar Sachen, die zu wünschen übrig lassen. Eine von diesen Sachen sind die Warp-Gondeln. Das Problem ist, die sind hier super wackelig dran mit nur einer C-Klemm. Man muss sie förmlich zurecht zupfen, damit sie irgendwie halbwegs in Ordnung aussehen. Und es ist halt einfach alles super wackelig und wohl kaum langlebig. Denn wenn die Warp-Gondeln nur an der C-Klemm hängen, darin Qualität zwar in Ordnung ist, aber trotzdem nicht absolute Spitze, dann wird es mit der Zeit höchstwahrscheinlich passieren, meine Vermutung, dass das Gewicht der Warp-Gondel nicht mehr von der C-Klemm gehalten wird und dann im Endeffekt das Set so hier im Regal steht. Und das wäre ja mehr als traurig. Was aber den Gondeln an der Befestigung zu dem Rest des Raumschiffes fehlt an Stabilität, ist dann in den Steinen bei den Warp-Gondeln hier drin. Denn da sind Steine drin, die nie, nie wieder getrennt werden können. Ich muss euch das mal in der Anleitung zeigen. Im Endeffekt müssen wir ja für beide Warp-Gondeln einmal auf diese Achsaufnahme diese drei Steine hier schieben. Das sieht so einfach in der Anleitung aus und wäre es mit anderen Steinen sicherlich auch gewesen. Aber die Steine, die hier verbaut sind, sind so fest, dass ich fast ausgestiegen wäre. Ich musste im Endeffekt echt eine Zange nutzen, um das draufzukriegen. Und das hat einen sehr, sehr großen Frustfaktor für den Rest des Sets hinterlassen. Die Untertassen-Sektion ist natürlich sehr trivial, aber im Endeffekt dem Maßstab entsprechend. Ich persönlich hätte mir hier vielleicht noch ein paar Prints gewünscht, der Preis hätte meiner Meinung nach den Spielraum dazu gelassen. Aber wir haben hier ein anderes, viel, viel wichtigeres Problem. Denn die Klemmkraft der Steine ist hier so lala. Und dafür hängen wir an dieser Verbindung hier viel zu viele Steine an zu wenigen Noppen, wo ich dann mir wirklich Sorgen mache, ob das länger hält. Das Ganze mit besseren Steinen zu bauen, mit einer besseren Klemmkraft, hätte hier schon sehr viel ausgemacht. Aber kommen wir jetzt mal zum wirklichen Highlight des Sets. Und das ist halt nicht dieses Raumschiff hier. Das hat zu viele Fehler und ich bin kein Riesenfan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das eigentliche Highlight des Sets ist wirklich der Stand. Dort ist wirklich viel Liebe reingeflossen und das merkt man. Wir bauen hier halt so einen kleinen Communicator im Endeffekt. Und das Ganze gefällt mir sehr gut. Und hier reicht auch für diese Bautechnik die Teilequalität noch ganz gut aus. Die Teile sind zwar trotzdem sehr locker, wenn man sie untereinander klemmt, aber dann in diesem ganzen Gebilde ist es schon in Ordnung. Auch den Druck der Fliese finde ich wie gesagt sehr schön. Schade sind nur die Kratzer. Also man muss sagen, das Set hat Höhen und Tiefen. Aber meiner Meinung nach ist es für diesen Preis auf diese Anzahl viel zu wenig. Es hat zu viele Tiefen und eben zu viele gravierende Fehler. Und deshalb kann ich euch das Set leider nicht empfehlen. Ich hoffe wirklich inständig, dass die größeren Sets aus der Blue Brick Star Trek Reihe dort besser sind. Ich habe mir noch nicht viel dazu angeschaut. Ich habe es selber noch nicht gebaut. Deshalb möchte ich dazu nicht allzu viel sagen. Ich hoffe wirklich inständig, dass ich euch diese Sets in Zukunft empfehlen kann. Dieses kann ich euch auf jeden Fall leider nicht empfehlen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und natürlich könnt ihr auch für diese Review gerne einen Daumen nach oben dalassen, wenn sie euch trotzdem gefallen hat. Auch wenn es ein bisschen spontan war. Und ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer einen wunderschönen Tag und viel Spaß mit euren Sets. Haut rein, euer Valleybrick. Musik 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 Musik